Boop! So, Leute, wir sind wieder bei HB3D2 Game Show. Ja, da sind wir wieder. Ja, Knacki ist auch noch da. Ja. Und so mussten wir noch mal hin, nach oben. Ah, wir haben jetzt eine ewig lange Pause gemacht. Naja gut, so ewig lang war es immer auch wieder nicht. Nicht? Nur eine halbe Ewigkeit. Ah, gut. Eine ganze wäre schon zu viel. Ah, komm. Komm, Fich. Stirb. Oh, siehst du. Der Schwule ist wieder da. Ach, nicht, 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 nicht er. Ich mag ihn nicht. Immer noch nicht. Ah, ich will meinen Gimich verschwenden für den schwulen Typen. Ich will mal was. Boomerang. 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 Ah, ich habe nicht gedacht. Boomerang. 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 Oh my. So ein Arschloch. Sein Rücken kann blocken. Boomerang. Boomerang. Diese Brücke hier so reinschieben, damit dieses Windgebläse mich nicht runterwirft, während ich hier mit dem Boomerang auf die Schachter drücke und zur Sicherheit gehe ich so rüber. Pfeile rechts. Ja, nicht nur Pfeile. Und oben und links über all den Pfeilen. Ja, aber nicht nur Pfeile. Ja, und Magier, ich weiß. Schwule Magier sind auch da. Hallo, Schwule Magier, bitte gebt mir Magie. Kann ich gut gebrauchen. Nee, ich wurde da wegtrepatriert und ich spruchte und natürlich trifft mich der Pfeile. Und ich schlag daneben. Jünger kommt mir der Raum bekannt vor. Nur halt mit Pfeile. Okay, wir haben keinen Master-Schlüssel, wir haben nur Entschlüssel. Oder haben wir Entschlüssel, wir haben doch Entschlüssel, oder? Wir haben sogar zwei Entschlüssel. Schön, ich habe zwei Entschlüssel, aber ich habe keine Tür, wo ich die Entschlüssel setzen kann. Schaut, da sind wir da runtergesprungen, da waren wir da unten, aber da war keine Tür. Ja, wo benutze ich diese verdammten Schlüssel jetzt? Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Siehst du es auch? Einmal runter, zweimal rechts. Ach so, ja, der Raum, ja. Ich habe es gerade auch noch gesehen. Ich hatte jetzt zum Glück noch einen kleinen Bildhänger. Nö, nach Verzug auf. Was war das? Der Wind ganz oben hat dich runtergedrückt. Ach so, der war schon, der war schon so weit. Akro-Vampirans. Chill, Wind. Ui. Chill. Chill. So, hier kommen auch wieder Vampirans, die ich mit einem Boomerang fertig machen kann. Dann kann ich Schillig hier so seitwärts rüber gehen. Uuuuh. Und das ist, da geht es nicht weiter, aber ich komme hier nach oben. Da waren, war, war es untingenfalls. Und ich benutze lieber meine Reflect, weil ich mag die Tür noch nicht. Zombies, rechts ist eine Stützeltür, oben links ist eine Ruhe. Sehr schön. Mit 100 G. Warum, wie ich dich so gerne noch brauchen kann? Ja, natürlich kann ich dich nicht brauchen. Weil ich gehe mir ja noch, ähm, Trinkhanden kaufen. So, sehr schön, jetzt habe ich Full Power, kurz. Kann ich den, kann ich den noch, kann ich den Mompirenz da? Die Zahl ist wieder am Metzeln. So, was haben wir hier? Magier. Magier. Plus Türme. Ah, die Magier sind weniger als Profan. Aber die kann ich eh zerstören, die Gegensatz zum Türmen. Oh nein, nicht die. Zyklopmpower. Ähm, wo ich mal, ach so, ja, dann drüben sind die Waffen. Ich bin hier. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Es ist auch so. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Raus aus meiner Küche. Die Küche? Raus aus meiner Küche. Und zwei Menschen spielen Team Fortress. Gag. 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 Ich gag irgendwie gerade rum. Nein, das war jetzt nicht mehr. Ha. Genau jetzt kommt er rüber. Oh, Mann. Windy, Windy. Wendi. Ne, halt, wenn die Wand fährt. Gag. Oh Gott, da pfeift's hoch, da drückt's hoch und runter, der Wind. Alter. Ja, da muss ich beim Einwarten bis... Oh, komm her, du Schwuchtel. Ich knall dich mit dem Boomerang ab. Ich knall dich mit dem Boomerang ab. Oder vielleicht dich mit dem Pfeil ab. Und ich... BAM! Matcha! So, dann muss ich hier... Wow, wow, chill, chill. Chill. Dann kann ich hier einfach so... Wuuuuh. Dann muss ich so durchgehen. Da muss ich in der Mitte anscheinend runterspringen. Ein schwuler Typ wie, ähm, mit dir außen. Okay, war ich da drunter schon? Schauen wir mal. Nope. Äh, äh. Und dass das halt das Innene Tür, die siehst, durch irgendwas öffnen. Ja, wahrscheinlich musst du die Agro-Typen killen. Naja, darauf hab ich grad keinen Bock. Das entspringen wir. Und ich komm in den schwulen Raum. Der schwul ist. Mit schwulen zu kloppen, die drei Schläge von Gummeln brauchen, um zu sterben. Und ich komm in den schwulen, um zu sterben, um zu sterben, um zu sterben, um zu sterben, um zu sterben. Ach, du Scheiße. Robin Hood Contest. Ja, wieder so, mit so rüberdingend. Aber ich hab' noch ihm. Aber da sind noch ein paar Dinge auf dem Boden, also mussste, glaub ich, nur eins treffen. Wahrscheinlich muss der dann mal kurz den, den komischen Ertöntungszauber dann gleich benutzen. Ja. Ah, mit der typischere Soße von der Wärme Arsch, dass ich den Zauber hier benutze. So, und jetzt benutze ich mich quasi, ja, Freundinnen. So, schauen wir mal. Welches muss ich treffen? Das Unterste. Frage ist nur, von wo aus treffe ich? Falsche Richtung. Von da! Für was sind die Winddinger dann gut? Ich hab schon wieder einen Schlüssel, was soll ich mit Schlüsseln? Zehn das Schlüsseln. Schlüsseln, ich hab Schmiede zwei. Schlüssel. Schlüssel. Och, Schmiede ist ein schwulerer Typ, den ich killen muss. So, Vampirenz. Vampirenz ist schon mal tot. Gib mir den auf. So, warten bis er sich umdreht. Ich zieh mich um. Oh, das ist mal ne Kuche. Oh man! Hahaha. Die will ich einfach nicht. Na doch jetzt. Na doch nicht. Haha, fast! Arsch! Ach! Nicht schon mit dem Darko! Darko! Mit Stellen, wo man runterfallen kann. Ich benutze den. Okay. Schwule, wir haben hierher ins Fledermäuse. Okay, jetzt ist die Frage, kann ich den benutzen? Ja. Hier ganz langs. Und wir sind in Stockwerk 4 auf einmal wieder. Mit schwulen Magiern im Zimmer. Ah, keine Magier. Dankeschön. Drinnen ist eine Tür und oben rechts ist eine Tür, sag ich, ein Knopf. Da kann ich alles ummachen. Weil wir sind ja nicht auf Zeit. Ja. So. Ich hätte auch versuchen können von drinnen einfach den Blob auf den Knopf draufzuschieben. Das hättest du natürlich auch machen können. Ja, bitte. Tin, 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 tin. Oh, der Raum. Der Raum? Ja, der war im Binnentempel auch schonmal. Da ging es nach unten, dann noch weiter in den Tempel. Ja, ich kann ja auch zwei Schuhe hier. Machen. Da fällt mir das drüben rein. Dann hab ich nur drei. Und die haben mich trotzdem getroffen. Du stirbst. Du stirbst. Gib mir den Apfel. Und du gibst mir auch den Apfel. Komm, 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 komm. Komm, gib mir den Apfel. Dann wird einem nicht. Geiz halt. Oh, ein Geiz halt. Ich bin... He-Man! Da gibt's hier von He-Man auch ins Kind von diesem Spiel. Nachher zu schreiben, wer da macht! Oh Gott, das ist geil! Oh Gott, ja, das ist... Das ist einfach der, der Muskel überpackt. Siehst dann aus wie so ein Golem auf Steroide oder so. Gag! 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 Eine Zyklopen-Headshot, schließ ins Auge! Gag! Gag! Framedrops! F.T.W. Gag! Kurzer Schnitt, Leute! Bis gleich! So, das ist natürlich das Gaggen-Kampf von zu wenig Speicher auf der Festplatte. Ja, weil die Parts... hier... die Rohdateien, die mir Fraps für dieses Spiel... ... ausspuckt... ... präsentär viel Speicher nämlich. Da sind 50... ... Gigabyte mal schnell futsch. Und ich bin wieder voll. Ich hab mir jetzt mal wieder Zero Sword rein. Ah ja, das ist Straps. Ah ja, aber die Qualität ist ja für immer gut. Das ist wohl wahr. Wenn man nicht mangeln. Wenn man genug Speicherplatz frei hat, hat man nicht... ... irgendwie Framedrops oder so, solange der Computer gut genug ist. Und Magier. Ja. Und man keine Magier auf seinem PC hat. Genau. So wie ich. Ich hab Magier auf meinem PC. Okay, bin ich da rüber? Ich glaub noch nicht. Ich glaub, da bin ich später rüber. Sobald ich meinen Master Key hab. Und ich wahrscheinlich irgendwo da kriegen werde. Und schon wieder ein Tag wohnen. Schlüsselkir. Endlich mal eine. Drei Schläge mit dem Hero Sword, ey. Ja. Und das auch noch bei voller Power. Ja, das Hero Sword ist ja auch nicht so stark wie Gung-Nir. Ich weiß. Und selbst Gung-Nir braucht. Oh, Magier. Nicht nur Magier, sondern auch schwule Türme. Deswegen jetzt schnell Buh. Und schnell raus, ja. Schnell raus, ja. Oi. Ach, nicht der schon wieder. Agro-Typi. Er haut mich sich ins Falsche rein. Wenn ich nicht aufpassen. Ach Gott, der Typ nervt. Er nervt einfach nur. Deswegen muss ich jetzt meine Magie aufbauen. Ähm. Habe nichts. Da oben noch einer drin. Ach, gut gehabt. Na gut, der war's. Und der andere bricht das irgendein Grund auch runter. Ach. Ach, schwul. Gag. Nicht schon wieder. Hm. Ach. Na gut, wir haben ihr 15 Minuten. Ich beende hier. Ich rendere dann. Und mein Licht geht aus. Mhm. Beende hier. Ich rendere. Und dann machen wir hier weiter, nachdem ich was gerendert habe. Wow, wow, random. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.